Musik Eine Regierung aus lauter Spaßbremsen haben wir jetzt schon länger, aber bald haben wir jetzt auch noch eine Schuldenbremse im Verfassungsrang, möglicherweise. Schuldenbremse, Regierung steigt aufs Gas, titelte die Presse. Schuldenbremse, Regierung steigt aufs Gas. Das muss einem erst einmal passieren. Eine Kollegin schrieb da auf Facebook, die Krise ist auch ein großes Metaphernmassaker. Und wozu die Schuldenbremse gut sein soll, das weiß ja keiner so genau. Also in guten Zeiten sparen und in schwierigen Zeiten verantwortungsvolle Budgets ausdüfteln, das kann die Regierung ja auch ohne Schuldenbremse. Zum Beispiel könnte die Finanzministerin ja auch ohne Schuldenbremse. Vermögensteuern einführen, eine Erbschaftssteuer einführen, sodass die Defizite geringer werden und damit auch die Schulden. Könnte sie ja. Niemand hindert sie daran. Ich schon gar nicht. Und da feiern man erst dagegen, dann dafür. Und wieso? Weil man sich im EU-Rat darauf verständigt hat. Ja, aber wieso hat man das getan? Na, das weiß niemand so genau. Und wie immer, wenn man es eigentlich nicht weiß, dann sagt man, das sind die Märkte. Die Märkte verlangen das. Die Märkte haben da ihre Hand im Spiel. Die ominösen Märkte. Die sind nämlich nervös, die Märkte. Emotional ganz unausgeglichen sind sie. Die Märkte und die muss man dann beruhigen. Beruhigen muss man die. Die Märkte. Und die Märkte, die warten auf das Signal einer Schuldenbremse, sagt man uns. Der Herr Felderer sagt uns das beispielsweise, der IHS-Chef und Chef des Staatsschuldenausschusses. Der hat aufgeregt herumgefuchtelt und gesagt, wir werden unser AAA nicht halten können. Unser AAA schlecht schaut aus mit unseren Finanzen und da könne er es gut verstehen, wenn die uns unser AAA wegnehmen, hat er gesagt. Der Chef des Staatsschuldenausschusses. Und irgendwie hat er mich da an einen Feuerwehrhauptmann erinnert, der auch gern mal zündeln will. Nein, im Ernst, was den IHS-Chef dazu geritten hat, Panik herbeizureden, das würde ich gern mal wissen. Also jedenfalls an der Spitze des Staatsschuldenausschusses hat so jemand nichts mehr verloren. Also, die Märkte erwarten das, sagt der Herr Felderer und der Spindleger und der Feinmann haben das dann auch eingesehen. Und jetzt gibt es also bald eine Staatsschuldenbremse. Und jetzt könnte ich mich, wie Sie sich sicher vorstellen können, lange darüber mokieren, dass sich demokratisch gewählte Politiker von irgendwelchen Märkten, irgendwelchen anonymen Finanzmärkten etwas diktieren lassen. Da könnte ich mich zehn Minuten oder länger drüber aufregen, aber ich lasse das jetzt mal. Denn vielleicht sollte man mal die Frage stellen, woher wissen die eigentlich, was die Märkte wollen? Haben die mit den Märkten gesprochen? Nein, weil die können ja nicht reden. Deren erratische Signale, die kann man ja nur interpretieren. Früher befragten die Griechen das Orakel, heute befragt Europa die Finanzmärkte. Aber die Kommunikation mit dem Orakel war jedenfalls einfacher, schrieb der Heribert Brantl unlängst in der Süddeutschen Zeitung. Also, woher wollen die eigentlich wissen, dass die Finanzmärkte eine Schuldenbremse wollen? Dass die Finanzmärkte unsere Staatsschulden als das allergrößte Problem überhaupt ansehen? Das können die gar nicht wissen, und zwar, weil die Finanzmärkte das nämlich gar nicht tun. Das finde ich nämlich das Beste an unseren Experten, die dauernd trommeln, man müsse das tun oder jenes. Wegen den Finanzmärkten, denen muss man gehorchen, den Finanzmärkten. Dass die nämlich nicht einmal in der Lage sind zu verstehen, was die Finanzmärkte wollen. Also, zunächst einmal ist Österreich ja mit Deutschland, den Niederlanden, Finnland, eines jener Eurozonenländer, das am besten dasteht. Es ist eines der reichsten Länder der Welt, was alle Fundamentaldaten angeht, von Wachstum über Arbeitslosenrate, BIP, BIP pro Kopf, Staatsschuldenquote. Wenn man alles zusammennimmt, na dann stehen wir deutlich besser da als etwa die USA oder Großbritannien. Also, warum sollten die Finanzmärkte gerade mit uns ein Problem haben? Na, wenn es da einen Grund gibt, dann natürlich zuerst mal wegen der österreichischen Banken. Die Bank Austria im Strudel der italienischen Misere reifeisen die erste Bank im Osteuropa Krisensumpf und verzockt haben sie sich auch. Nicht die Schulden des Staates bedrohen das Triple A, sondern unsere Banker. Aber nicht einmal das ist das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist, dass die Finanzmärkte Staatsanleihen hochentwickelter Länder immer als sichere Anlagen angesehen haben, weil diese Länder nicht pleite gehen können, weil sie verschulden sich ja in eigener Währung. Und wenn die Schulden zu hoch klettern, können sie immer noch Geld drucken. Deswegen ging man bei den Finanzmärkten, auf den Finanzmärkten bei Staatsanleihen von einem Risiko Null aus. Aber in dieser Eurozonenkrise ist nun Folgendes passiert. Da haben die Staats- und Regierungschefs und vor allem die Europäische Zentralbank klargemacht, nein, so ist das in der Eurozone nicht mehr. Eurozonenländer können pleite gehen. Die anderen werden sie nicht rauspauken. Und die EZB wird, anders als etwa die Zentralbanken der USA, Großbritanniens oder Japans, auch nicht Geld drucken, um einen Bankrott einzelner Eurozonenländer zu verhindern. Und das hat fundamental was verändert. Eurozonen-Anleihen sind Risikopapiere, hat man auf den Finanzmärkten gemerkt. Und amerikanische, britische oder japanische Anleihen sind es nicht. Und deswegen zahlen die meisten Länder in der Eurozone höhere Zinsen als Amerikaner, Briten oder Japaner. Jetzt frage ich Sie, was glauben Sie wollen uns die Finanzmärkte damit sagen, dass unsere Schulden zu hoch sind, aber die sind ja viel niedriger als die der USA. Aha, dass wir eine Schuldenbremse einführen sollen, aber die Spanier, die haben gerade eine Schuldenbremse eingeführt, obwohl Spanien einen ganz niedrigen Staatsschuldenstand hat, sogar niedriger als Deutschland. Aber trotzdem sind die spanischen Zinsen weitergestiegen. So eine Schuldenbremse scheint die Finanzmärkte also eher kalt zu lassen. Aber dann liegt doch eigentlich der Verdacht nahe, dass uns die Finanzmärkte ganz offensichtlich etwas ganz anderes sagen wollen, dass die Europäische Zentralbank endlich so agieren soll, wie jede verantwortliche Zentralbank der Welt, die garantiert, dass es keinen Bankrott geben kann in der Eurozone. Ja, das ist es. Das fordern die Finanzmärkte offensichtlich von uns. Man muss nur verstehen, wie sie ticken, die Finanzmärkte, die Finanzanleger. Und eigentlich ist es ganz simpel, das versteht eigentlich jedes Kind. Stellen Sie sich vor, Sie sind Anleger. Und dann müssen Sie in unsicheren Krisenzeiten Portfolio-Entscheidungen treffen. Und Sie wollen Ihr Geld nicht riskieren, also Sie wollen nicht höhere Zinsen für höheres Risiko. Nein, Sie wollen möglichst maximale Sicherheit. Dann leihen Sie es doch eher einem Land, dessen Zentralbank glaubwürdig garantiert, dass Sie es ganz sicher zurückkriegen, auch möglicherweise durch Inflation ein bisschen entwertet, als dass Sie es einem Land leihen, von dem Sie nicht wissen, ob Sie Ihr Geld zurückkriegen. Und das hat nicht prima etwas mit den Staatsschuldenständen zu tun. Jedenfalls nicht, wenn die Auswahl zwischen verschiedenen Ländern mit hohen Staatsschulden da ist, sondern primär mit dem Agieren einer Zentralbank, der Zentralbank. Kurzum, solange sich die Europäische Zentralbank weigert, verantwortlich zu agieren, solange sie das, und sagen wir das in aller Offenheit, deshalb nicht tut, weil die Deutschen sie daran hindern, wird sich an all dem nichts ändern. Die Europäische Zentralbank ist das Problem in Europa und nicht die Staatsschuldenstände. Und die Europäische Zentralbank ist, auf Druck der Deutschen, drauf und dran, Europa an die Wand zu fahren. Und nur, weil sich niemand zutraut, das zu ändern, beschließt man völlig nutzlose Staatsschuldenbremsen, die sich ja dann in der Praxis in Sparpakete übersetzen. Und nicht nur bei uns, überall in Europa tun sie das. Und das wirkt die Wirtschaft ab, sodass der Kontinent schon wieder an der Schwelle zu einer Rezession steht. Das heißt ja auch, dass sich auch die weiteren Gewinnaussichten der Unternehmen eintrüben, sodass der Wohlstand weiter sinken wird. Und das weiß man auch an den Finanzmärkten, weil ein bisschen was von Makroökonomie verstehen ja auch Finanzmarktakteure. Und wenn die Investoren auf diesen Finanzmärkten die Wirtschaftszeitungen aufschlagen, und da lesen sie dann jeden Tag Eurozone vor der Rezession. Jetzt frage ich sie, so ganz Finanzmarktimmanent gefragt, glauben sie wirklich, dass es das ist, was die Investoren lesen wollen? Glaubt das der Herr Felderer wirklich und all die sogenannten Experten, glauben die das wirklich? Nun ja, kann ja sein, dass jemand in seine neoliberale Fantasieideologie derart verbohrt ist. Aber dann sollte man den Leuten schon einmal endlich klar machen, dass es jetzt nicht mehr die Zeit ist für ideologische Fantastereien, sondern dass sie endlich einmal in der Realität ankommen sollten. Hallo, aufwachen, es wird langsam Zeit für pragmatische Vernunft. Ideologenbremse, Dummheitsbremse, das wäre doch was, meinetwegen gern auch in Verfassungsrang. Aber es kann ja natürlich sein, dass die Herrschaften das eh alles nicht glauben, dass der Herr Felderer eh in Wirklichkeit weiß, dass das Humbug ist, was er sagt. Aber warum, frage ich Sie, machen diese Leute dann so weltfremde, aberwitzige Vorschläge und Wortmeldungen? Ich weiß es nicht, aber eigentlich gibt es ja nur eine Antwort. Weil sie die Situation von Krise und Unsicherheit als gute Gelegenheit sehen, den normalen Leuten etwas wegzunehmen und den Wohlfahrtsstaat wegzukürzen, der zwar mit der Krise überhaupt nichts zu tun hat, und weil sie die Gelegenheit einfach nicht vorbeigehen lassen wollen. Weil sie nicht wollen, dass ihre Habschis die Krisenkosten bezahlen, sondern weil sie wollen, dass sie, und zwar sie ganz alleine, die Krisenkosten bezahlen. Dass sie, obwohl sie möglicherweise von Bankenrettungsprogrammen und Vermögendenrettungsprogrammen überhaupt nicht profitiert haben, allein die Kosten dieser Programme bezahlen. Das ist zu resolution новых. Das ist die Regel. LPU Mode Saal Saal damit Vielen Dank.